Hallo Bestia, das ist mein Liebste, ist mein Favorit in, ähm, Kingdom Hearts 1. Oh Gott, im Ersten, müsst ihr jetzt mal überlegen. Hm, also meine Hartz-Feld ist Ariel. Ja, aber das ist ja für viele so. Ähm. Habt ihr das auch gehört? Äh, ähm, Halloweentown ist meine Liebste. Ja, das ist mein Liebste im zweiten Teil, würde ich sagen. Im zweiten ist es König der Löwen. Und, äh, Schön und das Biest. Und Mulan. Nein, eigentlich liebe ich den kompletten zweiten Teil. Da liebe ich jede Welt. Äh, wie anduft, so sieht's aus. Äh, äh, Ex oder Braunschweiger. Deswegen mag er Züge. Entschuldigung, ich hab das nur gerade gelesen da. Alles gut, alles gut. Ähm, kurz auf, was, äh, wie fandest du eigentlich, äh, Pirates of the Caribbean in Kingdom Hearts 2? Oh, sehr geil, sehr geil. Ich weiß ja, ich find's krass, dass das einfach so gut funktioniert. Why is a rum gun? Also, ich hab das, äh, vom zweiten hab ich ja nie irgendwelche Ausschnitte gesehen gehabt, beim ersten ja, beim zweiten nein. Und als ich da, als es dann halt wirklich in die, äh, Frucht der Karibik Welt kam. Oh, ich war im dritten Himmel. Ich hab's geliebt. So, auf wen warten wir denn? Wir haben die ganze Zeit auf dich gewartet. Ah, here we go. Nein! Hey, Eidaria, bist du jetzt, äh, grün? Ja. Das gibt's doch hier nicht. Warte, man kann mit L leuchten, oder? Ja, mit L, mit L kann man leuchten. Das wurde uns letzte Woche mitgeteilt. Yep. In einer Memo, hm? Nein, nicht direkt, eigentlich so ziemlich direkt, direkt. Ja, ja, direkt, direkt. Direkt, direkt, direkt. Was, verreckt? Nein. Ah, ich verstehe. Echt? Oh, hier müssen wir dann. Ich hab noch gar keinen Plan, wo wir hin müssen. Äh, ich auch nicht. Wir müssen nämlich das Tor. Hallo. Genau hier. Birdie. Birdie, guckst. Yay, bin drin. Nein, zu weit. Du hast auf jeden Fall einen krassen Anstrich, Digi. Ja, ja, nein, nein. Nein. Du hast mich genau in die Ecke gekickt. Es tut mir leid. Nein, tut's nicht. Das ist die Rache für letztes Mal gewesen. Digi ist durchsichtig. Ich was? Durchsichtig? Bei mir bin ich Schwatt. Äh, wir sind, also ich sehe dich auch eher so gläsern. Ja, voll geil. Ich löse mich auf. Scheiße. Ich löse mich auf. Ja, ich schnitzel. Ich war nur noch jung. Ah, okay. Ich verstehe. Wohin müssen wir? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Müssen wir durch das Tor rein? Ich glaub, wieder durch die Tür, ja. Da oben ist man auf jeden Fall falsch. Okay. Erstmal falsch? Also zumindest da, wo ich die ganze Zeit lag. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Oder muss man über das... Wohin müssen? Nee, Tür ist falsch. Tür ist falsch. Oh, wir müssen da. Genau, wir müssen ins Fenster. Was für ein Fenster? Das sagt man... Da oben. Nein, nicht hängen hier fest. Nee, nicht ernsthaft. Doch. Woi, wer war das denn? Das war ich. Ah, okay. Der Rammerei hat sich in die Wüste katapultiert. Nein, nein. Um über sein Leben nachzudenken. Weil man das in der Wüste so gut kann. Schnapp die im Wasser. Oder... Deswegen geht man doch in die Wüste, oder nicht? Ja, zum Nachdenken. Schön angenehm. Ich dachte immer zum Sterben. Oder zum Sterben, genau. Eins von beiden. Ah, Schnitzel. Oh ja, da hätte ich jetzt auch Bock drauf. Oh ja, so ein schönes Schnitzel jetzt. Egal. Ich mach Züge. Ja. Was ist denn jetzt? Bist du immer noch nicht drin? Nope. Keiner schon was. Nee, dann haben wir ja mal nicht. Ja, ja, ja. Siehst du doch, dass ich noch nicht drin bin? Nee, ich war auf... Ich stand gerade hier bei... Wie heißt der? Sio. Jetzt. Jo. Der Schläger. Ja. Okay. Let's go. Eine düste Behauptung. Wüst. Ha. Welches Loch sind wir denn? Vier. Okay. Das ist vier. Das ist vier. Oh. Nein. Oh nein. Nein. Wo bist du denn? Okay. Dein Ernst? Frisches? Das ist böse. Ganz böse. Sag mal, wir sind zu blöd aus, um die Dinge rauszukommen, ey. Oh. Beide Aria und Frisches verlieren den Verstand zusammen, Hand in Hand. Jetzt ist es immer noch was. Oh nein. Eigentlich musst du doch gerade Frisches bei komplizierten Maps... Sag mal. Wie? Wie? Es ist nicht kompliziert. Das ist nicht kompliziert. Was heißt kompliziert? Du musst halt... Ja, keine Ahnung. Nein, nein. Nicht berühren das Ding bitte nicht. Alles, aber nicht berühren. Oh Gott. So, jetzt hast du es gleich geschafft, halt, Aria. Guck mich nicht an. Ich bin hässlich. Okay, warte. Ich gucke. Ich werde die Kamera auf dich wenden. Aha. Du bist ein weißer Ball mit einem weißen Zylinder auf dem Kopf. Ja, geil, oder? Inwiefern ist das hässlich? Ja, ich meinte ja mich. Achso, dich. Vier. Ach, schade. Wir müssen jetzt da landen? What? I don't get it. Wieso ist da ein... Achso. Das ist einfach nur da drauf. Man muss schon einlochen. Slow! Das ist nur da drauf. Das ist eine flache... Das ist einfach... Das sind zwei Dinger. Wow! Hallo! Das ist eine Counter-Strike-Map. Eine Anspielung. Alter. Ja, ich merke es gerade. Das ist das. Zwei ist eine Counter-Strike-Map. Und das ist der Blow-Point. Der Bombenpunkt. Und... Jo. Und deswegen... Hab ich gespürt. Ich bin fast in Loch 3 gelandet. Oh, Mann. Ich hab mich schon gefragt, warum am Anfang diese Counter-Strike-Sound-Effekte kamen. Jetzt wissen wir es. Jetzt wissen wir es. Du bist sexy und du wissen es. Ja. Okay, vielleicht bist du nicht sexy, aber du wissen es jetzt. Hallo! Das ist nicht meine Map. Yay! Das ist ein Moin! Sorry. Grundsache. Weil ich hätte dich, glaube ich, auch bei dem Winkel eher daneben geschubst. Jo, glaube ich auch. Okay, siebte Map. Moinst du Lichtzeichen? Jo. Er funkt SOS. Jo. Er moinst SOS. SOS kann man auch funken, aber nicht mit Licht. Das war der Warmblinker. So, siebte Map. Das wird witzig. Nein! Yes! Nein! 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 Eingelocht! In zwei Schlägen. Das ist auch einer. Wo ich mich frage, ob das leichter ist. Nein! Ja! Juhu! Eingelocht! Und Digi kommt auch rein! Digi Mann! Digi Mann! Digi Mann! Digga! Ich hör! Das... Ich hör! Ich hör! Ich hör! Das ist nicht cool, Digga, Alter! Ich hör! Bro! Nein! Von dir ganz unten! Das ist doch jetzt richtig gemein, ey! Da bin ich reingegangen! Genau! Da kannst du auch rein! Aha! Ob das einfach ist, ist eine andere Sache! Doch! Einen Schlag hab ich gebraucht! Das war einfach! Nur weil, was für dich einfacher ist, heißt das nicht, dass es für andere einfacher ist! Ja! Ja! Und eingelocht! Geiler Typ! Ich hab auch einen Schlag gebraucht! Plus drei! Ja! Ich hab ja auch zwei gebraucht, aber... Weißt du was? Okay! Wir müssen nach unten! Oh! Ich glaub wir müssen... Das hier ist Loch 8! Wir müssen jetzt glaube ich nach unten! Zur Bombside A! Ich glaub ich, dass das das sein soll... Früher, das geht zum Loch von vorher! Und ey! Ernsthaft? Hm? Funktioniert? Nein! Ja! 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 Was Frusche ist kann, kann ich auch! Ja! Ja! Ich hab vier Schläge gebraucht! Du kannst was versuchen! Nein! Den normalen Weg, ey! Ja! Ja! Immer ziemlich bei sowas die Arschkorde, ey! Die Arschkorde! Die Arschkorde! Ja! Ja! Jetzt schwammelt der da auch dran vorbei, dieser Penner, ey! Da rein, du fettes Stück Piep! Weißt du, da an der Kante kannst du liegen bleiben, komischerweise! Ich hab' ich auch gedacht, gerade! Obwohl das eine ganz andere Map ist! Äh, Digi? Du kannst doch den normalen Weg nehmen! Von da aus nicht mehr! Jetzt ist das irgendwie ehrlich gesagt auch egal! Jetzt will ich da rein! Jetzt will ich da rein! Keines Loch! Uh! So, Gleichstand mit Frisches vom Fass! Und so schnell ist mein Dritter! Okay, so schon mal nicht! Das war ziemlich dumm von mir! Who cares? Bin ich hier richtig? Cat! Wieso steht da Katze? Wo muss... Wir müssen nach da rein! Wir müssen hier runter! Ah! Das war meine Frage gerade! Ja! Ja! Wir dürfen aber nichts dazwischen landen! Ich bin dran! Wir müssen das machen! Ein Birdie! Ein Birdie! Ich bin auch gleich drinnen! Ist zwar kein Birdie, aber... Wie gehst du immer andere Wege wie wir? Was? Du hast doch nicht mal, wo man hin muss, ey! Ja, du solltest nicht da hin! Da schon richtig! Da hat's funktioniert! Du musst halt nur genau da reinrollen! Ah! Ich seh es! Wieso steht da Cat auf der Wand? Frag ich mich gerade! Bin ich falsch? Du musst in das Loch rein! Da ist so ne kleine Rampe! Ach, da hängen wir mal ins Loch rein! Guck mal, was unter der Rampe ist! Ah! Ja! Ich hab nicht... Ja! Ich hab nicht gesagt ins Loch rein! Das war ich nicht! Das waren die anderen beiden! Ins Loch rein! Äh! Ja! Wie soll ich in die Öffnung wieder? Mir doch egal! Da muss beim Golf in ein Loch! Ja! Äh! Ich glaub, wenn man den Map... Wir haben keine Reset, äh... Wir haben keine Reset-Dingens gelöte! Also kannst du das jetzt versuchen, oder? Das kann durchaus sein, Dufte! Yay! Ich glaub, jetzt ist da ein Rage-Modus! An alle, äh, Counter-Strike-Fans, äh, ist das eine gute Nachstellung von Das 2? Hm? Nein! Nein? Nein! Endlich, ey! Bin ich mal ein bisschen? Hm... Ich find sich mal ein bisschen... Ja, außer das bisschen Sand, was mal so rumfliegt, aber sonst... Stimmt, du bist ja auch, ähm, Counter-Strike-Spieler. Und die Fässer jetzt hier, aber sonst bin ich jetzt hier nicht... Go down here... Oh, shit! Ah! Okay! Go down here! Over the ledge! Da, wo du vorhin warst! Hilfe! Um! Uh! Scheiße! Kacke! Ich dachte, das funktioniert! Also Dufte meint schon ein bisschen! Ja, ein bisschen schon, ja, aber ich find das nicht so extrem! Wer leckt? Was? Äh, Dufte meint schon ein bisschen wegen... Ja! ...der Map! Warte kurz, was mag Dufte an der Map? Ich find... Ja, das, was du gerade meintest! Wegen... Wegen... Das, äh... Ah, der andere Dufte meinst du jetzt? So ein bisschen Nacht, dass es schon aussieht! Ja! Achso, okay! Welcher Dufte jetzt der Dufte-Typ oder... Der andere Dufte-Streams? Nein! Nein! Dein Ernst! Ja, dein Ernst! Was liegst Du mir im Weg rum? Hallo! Ja, ich konnte den ja noch nicht schlagen! Sag mal! Oh ey! Dann, dann warte mal mal kurz! Nein! Ich hab' dich gar nicht gesehen! Das wär' ich nicht durchgeprescht! Das ist scheiße! Wie kann man jemand nicht sehen, der grün leuchtet? Also, bislang gefällt's mir! Auch wenn ich in diesem Loch gerade nicht... Besonders gut drauf bin! Hm! Was aber ich auch gerne zugebe! Ja! Nein! Zu weit! Entweder ist es zu weit oder zu viel! Weit! Oh! 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 Nein! Wo ist der Kaya eigentlich? Ja! Er ist schon drinnen! Fertig! Geil! Ja, nachdem er mich rausgekickt hat! Endlich! Oh! 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 Du bist jetzt bei Daylight spielen oder was? Ja! Natürlich! Was denkst du denn? Okay! Wir müssen nach da hinten, wie ich sehe! Nein! Ja! Nein! Wo bin ich! Wo eines der Kaya gerade bei Golf ist! Während wir vom Killer weg... rollen! Äh! Rollen vom Killer weg! Einfach vom Killer weg laufen! Mit der Kaya! Herr Kaya stirbt morgen! Hä! Wieso stirbt er morgen? Ja! Naja! W-wegen! Äh! W-wein! dann sein Lebensende. Und wenn ich es ihm nur bis heute vorhalte, dann stirbt er ja morgen. Meinte dufte gerade. Aber was hat das damals zu tun? Ich glaube, Kaya könnte auch länger leben. Das hoffe ich doch mal. Also du willst ihn umbringen, das ist eine andere Sache. Ich? Ja, da müsste ich erst mal zu ihm hinfahren. Nee, danke. Oh. I believe I can fly. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. I believe I can touch the sky. Warum ist das eigentlich so ruhig? Ich muss sagen, diese Map erinnert mich wirklich so ein bisschen an Counter-Strike. Ich habe nämlich immer gekämpft da zwischen den Türen früher. Ach, echt. Du warst ein Camper. Ja, manchmal. Oh Camper Camper. Ich kann dazu nichts sagen, ich habe es nie gespielt. Ich auch nicht, aber ich kenne genügend Internet-Sachen, dass ich in etwa vorstellen kann, was du meinst. Du hast nur einmal CSGO gespielt und dann die Hühner abgeknallt. Stimmt. Ich? Ja. Ich habe eigentlich, also ich, wenn ich Counter-Strike spiele, knall ich nur Hühner ab. Ames. Echt jetzt? Ja. Cool. Also nicht cool. All in one. Das ist... Jo. Du auch? Sehr geil. No. Hat der halber draus. Sehr geil. Ich auch nicht. Wir kommen. Wir beide sind die einzigen Mal wieder im Rennen. Also es ist ein Tod, was ewig lebt. Bis das... Bis das die Zeit den Tod besiegt. Was war das für eine Anspielung gerade? Duft ja gerade geschrieben. Auch was ist ein Anspielung? Das weiß ich nicht. Ich werde das... Ich lese es nur vor. Aber ich finde es cool. Ich finde es cool. Aber das ist eine Anspielung auf Call of Cthulhu, glaube ich. Äh. Also auf Gaya. Eine Anspielung auf Gaya, ja. Ja, ich weiß aber... Der Text selbst... No, jetzt verstehe ich das erst. Sehr geil. So. Äh. Nein, 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 nein. Wir müssen ihm zu... Wir müssen auf Seite 15. Äh, zu. Auf Seite 15? Auf Seite 15 sehen sie das Loch. Und er rollt da ganz gechillt rein. They're rolling. They hate me. Bitte nicht vor Schuss berühren. Sie hassen es. Ich sehe gar nichts. Ich sehe gar nichts. Oh. Trittst du Bock, ey? Okay. Hm, 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 hm. Okay. 16. Das Loch. Let's go. Oh. Oh. Da bin ich definitiv zu weit geflogen. Das war knapp. Voll klein. Wohin müssen wir? Wo haben sie da hin? Ah. Da müssen wir hin. Ich hatte kurzzeitig Angst. Ich auch. Ich hatte echt Angst, dass wir beide jetzt rausknallen. Ich glaube, wir hätten es beide nicht geschafft, hätten wir uns nicht berührt. Oh, das ist so glücklich. Doch, doch. Ich glaube, ich hätte es geschafft, aber... Echt? Ja. Aber nur, weil ich gesprungen bin. Nur, weil ich gesprungen bin. Hätte ich nicht... Äh, wäre ich nicht gesprungen, hätte ich es, glaube ich, nicht geschafft. Das war ja knapp. Mhm. Und wenn es nicht funktioniert, hätte es wieder geheißen... Du Arsch! Du Arsch! Du Arsch! Ja, du... Bei dir auch! Bei dir auch! Nee, der also eigentlich sagt, äh... Fusch ist selten, du Arsch! Das stimmt. Also, er beschwert sich meistens nicht und ärgert sich eher über sich selbst da hoffentlich hinaus. Oh! Er fängt meistens laut an zu schreien. Bin ich richtig? Ja, sag ich doch. Er ärgert sich über sich. Ihr müsst da hoch. Ich bin mal noch 18. Ich weiß es. Ja, ich meine aber die anderen. Ja, blieb! Da kann ich nicht für das Wissen reden. Nein! Was war das für ein Schiff? Genau. Ihr müsst auf Le... ähm... Rampe da. Le Ramp. Ich sehe. Le Rump. Le Rump. Da. Möglichst ohne runterzufallen. So. Ah! Samft. Ah! Samft! Als ob du deine Schwester küssen würdest. Iiii, wer will denn seine Schwester küssen? Ja, weißt du, wie ich mich bühne? Ey, du... Ey, du... Ey, du... Ey, du... Ey, du... Ey, du bist ja eine Sau, du... gerade ist. Und die Bombe explodiert. Oh, Gott. Warte noch mal kurz, bevor ihr hingeht. Oh, 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 oh! Geiße! Ey, mich stört's nicht. Nö, mich auch nicht. Gern geschehen! Danke! Danke! So, ich bin's... So, ich bin... Bombside A, ja! Yes! La Bombe! Ich bin's weiter heute. Damit habe ich meine... Damit bin ich zufrieden. Alles, was jetzt kommen kann, kann mir nicht die Laune verderben. Also, es kam schon so ein bisschen... Anime-Brand, muss ich sagen, ja. Keine Ahnung. Das geht noch eine Hole-in-One-Edition scheinbar. Oh, ich habe einen Cowboy-Hut! Ich habe Swoog! Torbo-Hut? Cowboy! Cowboy! Der Knüppwort steht in die Seite! Ah, ja! Was ist los, ey? Wegen den einen Loch mit der... Hammer, ey! Stimmt wegen Loch 11! Was ist das Loch 11? Dafür verkackt er jetzt. Hammer, gala Typ! Dafür lieb ich den Kerl! Letzte! Danke, danke! Nicht letzte, nächste! Aber du glaubst, sie hat recht jetzt... Jetzt geht's wieder bergab. Wie gesagt, ich bin nicht letzter geworden. Solange ich... Sobald ich eine Medaille in einen Spiel habe, oder beziehungsweise nicht letzter geworden bin, kann mich nichts mehr ärgern. Mich stört sich, wenn ich... Mich stört sich, wenn ich letzter werde, solange ich was am Ende der Runde kriege. Wie dein Cowboy-Hut. Ist das ein brauner Cowboy-Hut oder so ein gefärbter? Also eine andere Farbe. Brauner. Dunkelbraun. Ruhig, Brauner, ruhig. Das ist ja... Das ist ja... Snee! You don't say. Die Teilnahme hochkundereich, genau! Haben wir gerade gleich geantwortet? Ja. Okay. Mal wieder. Oh. Schnee. Und Eis. Schnee und Eis. Schnee, Schnee und Eis. Das Lied von Feuer und Eis. Nee, war das was auch noch? Nein! Ja! Nein! Oh! Yay! Yay! Nein, 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 nein! Ja! Leider leicht daneben. Alter! Digi! Ja, sag das nicht zu laut. Wir sind gerade noch beim Anfang. Ja, ich wollte gerade sagen, erstes Loch, man soll den Tag nicht vor den Abend laufen. Alter, Digi! Was sie bestimmt noch richtig scheiße gleich. Feuer, Eis und Dosenbier. Oh, Dosenbier. Wir sind erst im zweiten Loch, also. 23, 24, 25. Das stimmt. Handtisch? Nee. Sieht nur sehr ähnlich aus wie andere Maps, wo wir schon waren. War da gerade ein Huppel? Komm schon, komm schon, komm schon. Ja! Okay, wir müssen also da runter gehen. Der war gemein gerade, bei Digi. Der auch. Oh nein! Siehst du? Und schon geht es wieder direkt ab. Wunderprächtig. Wunderprächtig? Wunderprächtig. Wer sagt das? Ich habe einen hole in one. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand sagt. Keine Ahnung. Wunderprächtig. Ich sage das. Ja, ist das so deins? Warte, warte. Danke. Warte, 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 was? Wir müssen, ach komm. Ich war nur gerade aus. Nee, geht ja nicht. Äh, klar. Jetzt hab ich... Was? Ciao. Natürlich geht das. Ich meine, wir waren da unten und hätten... Mussten uns so setzen. Ach so, das meinst du. Fünf Schläge? Ja. So, wieder ein Looping. So was, ey. Nein. Und das ist wieder so eine, diese Art von Looping. Wuppdi-Doo. Hey, hey, hey. Bitte, bitte, bitte. Oh Gott. Nein, 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 nein. Ja, ja, ja. Und soweit. Ja, 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 ja. Oh Gott. Soweit. Man darf ja echt nicht zu... Oh Gott. Wieso ist das... Wieso bin ich so schnell? Ich werde gar nicht zurückgesetzt. Ich hänge jetzt hier einfach. Toll. Ja, hatte ich eben auch. Danke für mich. Danke für mich. Oh, finally. Tschüss, Luise. Tschüss, Luise. Wenn ich das aus dem Loch wieder rausgeruppelt wäre, dann hätte ich viel ausgemacht. Chili Golf. Na ja, geht eigentlich. Ich habe schon angestrengtere Golfarten gesehen. Nein! Okay, da ist schon mal das Loch. Hi, Digi. Hallo. So ein bisschen wie dieses Ringspiel. Diese Arcade-Automaten. Ah, da muss man hin. Oh, man kommt trotzdem. Nein, das Loch ist auf jeden Fall seltsam. Seltsam in seiner Form. Ja, sehr oval. Ja. Daria, hast du ein Hole-in-One gemacht? Ich? Okay, wohl müssen wir über die... Also, ich hatte schon ein Jahr, aber nicht auf der Mitte. Nein, nein. Hier werde ich zurückgesetzt. Cool. Oder doch? Ich weiß gar nicht, wo man hin muss. Äh, direkt geradeaus. Nein! Wir müssen durch den Mon-Zoom hinter die Welt ans Ende der Zeit. Oh mein Gott, hör auf zu singen. Bis kein Regen mehr fällt. So, jetzt bin ich fertig. Na, schön. Ich bin gegen den Sturm und den Schlang. Und wenn ich nicht mehr kann, denke ich daran. Nein! Irgendwann laufen wir zusammen. Weil uns hier einfach nichts mehr... Hilfe. Was du unruhig mir jetzt kennst. Was du nicht so gut kennst. Ich weiß nicht, ob du den Werbeunruhig. Okay, ich hör auf. Nein, zu weit zu weit. Scheiße. Durch den Mon-Zoom. Um Gottes Willen. Dann wird alles gut. Feitet in einer Sturm, bitte. So, wir, wir, ähm, mit unseren Liedern ärgern wir Kaya. Jetzt wirst du mal geärgert. Lass Kaya leiden. Das macht mir nichts mehr aus. Kaya Yoda? Kaya, Kaya Yoda. Ja, aber das hat nicht so wie Peri-Yoda den. Nein, nein. Jetzt fülle ich eigentlich auch nicht mehr rein. Das scheiß Loch. Das fülle ich auch nicht mehr rein. Ich will keine Kaya-Lade. Kaya-Nake. Ich will lieber einen. Äh. Toll. Leicht vorgehen. Wer einen, der mich küssen. Oh Gott. Und um den Finger wickeln kann. Kaya-Lade. Nein. Knapp, ich weiß mal nicht, wo ich ging. Okay, musst du gar nicht, dass du biebst. Oh nein. Okay, lass uns das. Juh, Igel. Scheiße. Yes, yes, yes. Ich dachte, ich werde nicht zurückgesetzt. Deswegen habe ich F gedrückt. Und jetzt habe ich zwei Leben deswegen verloren. Zwei Schläge, meinst du? Ist mir doch scheißegal. Und auch drinnen nach fünf Schlägen. Und auch noch nicht drinnen nach fünf Schlägen. Ich habe mich nicht verstanden damit. Naja. Ich, ich, ich habe dich verstanden. Das hat nicht ein Periode Zweck. Das stimmt. Das ist ja hinten, das stimmt. Auf jeden Fall. Das hat nicht ein Periode Zweck. Ja gut, da hast du recht. Oh Gott. Okay. 32, 32, 32, 32, 19. Nee, der Kante Kaya geht das nicht. Nee. Geht ja nicht immer nur mit mir, ne? Mein Name ist nicht universal eingeschafft. Nee, das stimmt. Das war ziemlich knapp. Oh, scheiße. Dankeschön. Ja, Kücke. Sorry. Nein, war ja eigentlich mein Fähler. Ja, war gerade noch ein. Müller! Entschuldige ich mich eigentlich. Oh, ist das ärgerlich hier. Was ist denn das? Ich bin da oben drauf liegen geblieben auf der Kacke. Oh. Das hört sich ärgerlich an. Wohin müssen wir hier? Oh, wir müssen da hin. Das war ein langes Loch. Elberos! Oh Gott, ey. Und das wird jetzt wieder witzig. Entweder ist sie wieder zu weit oder nicht zu weit. Genug. Cave of Depression. Okay. Habt ihr den Text hinten gelesen? Ja. Mine? Alter, ihr macht alle nass. Auf der Map, ja. Gerade ja. Genau, da in der Mine steht Cave of Depression. Oh Gott. Höhle der Depression. 19 Map. Ja, das Blüster-Spiel wirklich auslacht. Oh. Ich seh nichts. Jemand hat mich einfach mal. Wir haben uns alle gegenseitig gerade. Ich seh nichts. Wie muss man denn hier hin? Oh, nach oben. Also nicht zu weit da oben. Da ist irgendwo eine Plattform. Ja, das ist wieder eine schöne Sache. 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 Ach, nicht zu weit. Das ist wieder so eine schöne Sache. Dieses Loch ist mir egal. Ja, nein. Oh Gott. Nein, doch. Oh, ich lende mich. Nein. Kleise war das genau. Yes. Yes, I did it. I made it. Jetzt war so knapp dran vorbei. Ja. Yes, I did it. I'm in, ladies and gentlemen. Oh Gott. Im Übrigen ist auf deinen Candy, ja okay, da sind kleine Tonköpfe drauf. Ich weiß. Gut, oder? Nee, 43, alle Gleichstand. Ja, außer mal Adaria. Ja. Adaria ist zu cool für Gleichstand. Ja, natürlich. Natürlich, sagt sie. Adaria, zu cool für Gleichstand. Ja, in der Tat. Gleichstand ist für Pussis. Ja, in der Tat. In der Tat. In der Tat. Nein, 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 das war zu weit. Nein, ich falle in die Tiefe. Wo muss man denn hin? Geile Animation hier. Ja, was? Ach, da hinten muss man hin. Oh, was? Alter. Wer hat das gerade über Animation gesagt? Ich sage mies gerade. Das war kein Hauptsicht. Du warst da noch nicht. Nee, Start von Anfang. Jetzt sag's. Ey, das ist kacke. Äh, Adaria, willst du nicht noch irgendwas tun? Ja, doch will ich. Ja, wieso? Ich traue, ich traue noch nicht. Ich bin drin. So, Golfit, das neueste Horrorspiel auf dem Markt. Oh, Diggi. Voll wieder rausgehoppelt. Hm, so viel süßes Zeug. Yummy. Ja, aber nicht, dass es die Zähne kaputt macht. Hm, was? Nicht, dass es die Zähne kaputt macht. Also, wenn ich von oben gucke, sieht das so aus, als ob du mir Süßigkeiten in die Fresse wirfst. So, von den Süßigkeiten. Oh nein! Welche Zähne? Ich hätte auch gern so einen Burger mit Zwiebeln und Senf. Und, äh, Gürkchen? Welche Zähne? Und Gürkchen? Nee, die sind zu gesund. Hm, inwiefern sind Essiggurken gesund? Also, wenn Essiggurken nicht gesund sind, dann heiße ich Gustav. Hallo, Gustav. Okay, ha. Ah, all in one. Ja. Ich glaube, das war auch wieder so eine Flipper-Map. Also, quasi, egal. Egal. Ich würde es jetzt erklären, aber ich glaube, das ist Perlen vor die Säue bei diesen Spielern. Ich glaube, wir wissen, was ein Flipper ist. Was? Was ist ein Flipper? Ein Delfin. Genau. Ich wusste, dass es irgendeiner bringt. Ich war mir so richtig schwer. Okay, wohin müssen wir jetzt hin? Nach geradeaus, links oder rechts? Hau auf, Flieger. Da ist es hin. Okay. Oh. Geht eigentlich, ist eigentlich ziemlich egal, wo wir lang gehen. Oh, ey, wieso eigentlich immer... Hau den Schuh. Dann ist ein Stehen. Oh, ich schaff's noch nicht mal runter. Noch nicht. Du musst nur, wenn ich glaub... Oh. Ja, ja, das soll ein Jet darstellen, glaube ich. Nein. Von oben gesehen. Sieht das aus wie ein Jet. Jet plane, ja. Komm, Baby, komm, Baby, komm, Baby, komm. Oh, nein. Das ist halt der Antrieb. Soll ich hochkommen? Nee, wieso? Weil du... Komm, Baby, komm, Baby, komm, Baby, gesagt hast. Ach so. Die Letztes? Was? Fast Letztes. Was? Wie? What? Fast Letztes. Okay, ich bin mir nicht ganz sicher, wo ich hier hin muss. Muss ich... Also ich weiß, dass der Große kann man auf jeden Fall irgendwo hin, aber... Da ist mir grad auch noch ein Rätsel. Das ist noch ein bisschen schwer. Man muss in diese eine Tonne, aber dafür muss man erst auf diese eine schwebende Plattform... Da. Und einlochen. Ach, geschafft. Und in vier Schlägen. Obwohl, noch nicht ganz. Yeah. Ich würde nämlich noch wohin. Nein. Och, nö, ne? Aber wir müssen in die Truhe. Ja. Die Vereiste. Ich müsste es einmal vor mich schlagen. Nein, 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 nein. Oh Gott. Nach meinem Geschmack. Oh Gott. Bloß nicht. Was denn? Oh. Ich rutsch jetzt gerade eben. Ich dachte, er kickt mich raus. Interessanterweise, dass die Truhe einen Haken auf der Vorderseite hat. Das hat doch einen Haken, du. Ja, das hat einen Haken. Das hat einen Haken an der Sache. Ich meine, das hier ist eine Wintermap und keine Piratenmap. Oder vielleicht überwintert ihr einen Pirat. Vielleicht ist es auch einfach nur der Schatz von irgendwem. Das wird es nie erfahren. Ja, aber wieso sollte man eine Schatzsuche in den Wintermap machen? Warum nicht? Gibt es im Eis und Schnee keine Schätze? Nee. Aber wenn es Piratenschatz ist, ist es nicht ganz so passend. Aber weiß man ja nicht, ob es ein Piratenschatz ist. Vielleicht ist es einfach nur die Truhe eines Piraten, aber nicht im Piratenschatz. Vielleicht habe ich auch einfach das eingeschissen. Oder das? Auch wieder so eine Trichtermap. Wieder so eine blöde Trichtermap. Oh nein. Oh, lege ich denn hier. Ja, ja, ja. Nein, nein, nein. Ja, nein, ja. Oh Gott. Oh, nö. Was ist das denn? Eine Trichtermap. Ja, nee. Ich bin weiter als die Trichter. Äh, zwei. Und da bin ich runtergefallen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich auch. Entweder das alte, das mit den Trichtern ist immer das Problem bei mir, dass ich zu viel mache oder zu wenig. Oh Gott, bleib fliegen, bleib fliegen, bleib fliegen. Oh Gott, geh da rein. Nein, ist das gemein. Du auch? Ja, ich auch. Ah, runtergefallen. Nein, nein. Yes, ich bin beim Loch. Nein. Und eingelocht. Oh Gott. Und Kaya, äh, Digi gleich mit mir. Ich rette mich aber auch nicht mehr. Komm schon, komm, 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 bleib doch nicht im Loch liegen. Wir haben immer noch, ja, endlich. Wir haben immer noch vier Löcher vor uns. Da kann noch einiges passieren. Ja. Der Drops ist noch nicht gelutscht, wie man so schön sagt. Sagt das jemand? Ich kenne den Spruch auf jeden Fall. Oh, das ist mal. Oh, jetzt wird es ja richtig. Das ist witzig. Tricky. Oh, da ist die Mauer. Ja. Wie nehmt du mich? Wie nehmt du mich? Wie nehmt du mich? Wie war es nicht immer anders vor? Jubi. Aber Frosch, dass ich heute beide, ne? Ich meinte den Ball. Ich meinte den Ball. Oh nein. Ich habe zwei davon. Tja, du meinst das Loch? Nuh, nuh. Okay, links oder rechts? Ich glaube, das ist beides ähnlich doof. Oh. Zu weit. Mhm. Mhm. Aber ganz gewaltig. Oh ja. Was ist denn da schon wieder Schönes? Hoi. Uh. Ach, sorry. Nein, Egel. Willst du zuerst oder will ich zuerst? Was macht ihr denn da? Eigentlich ist das vollkommen egal, glaube ich. Ja, bevor ich wieder fliege ich auch wieder zurück. Hallo. Ja, hallo. Nee, ne? Ich habe aber geschafft. Hä? Drinnen. Was denn? Jo. Gut, das antwortet mir nicht mehr. Ja, vorletztes Loch. Gut, das redet nicht mehr mit mir. Du hast mir gerade auch nicht geantwortet auf meine Frage. Hast du eine Frage gestellt? Ja. Ja, das wird witzig. Ach, das ist ja einfach. Na ja. Das ist ohne meine Frage. Ich wirklich. Also jetzt gerade esse ich Hanuta. Ihr könnt auch, ähm... Hanan Hanuta da. Nein! Hanuta Matata? Das auch. Hanuta Natata. Ja! Ja! Dieses Spruch sag ich gern. Hanuta Matata gilt stets altmodern. Es heißt, der Zahnarzt bleibt dir niemals fern. Weiß nicht, woher ich plötzlich Schwung hatte, aber okay. Keiner nimmt uns die Philosophie. Hanuta Matata. Sio hat heute seinen Singtag. Darf ich ihn Permabann? Ja. Hörst du da, darfst du? Hermabann. Hanuta Matata. Diese Nuss verzehre ich so gern. Hier. Hanuta Matata. Sie gilt stets als modern. Mein Gott. Was hast du genommen, Sio? Ähm. Darf ich? Warte. Wenn ihr happy seid, ist das okay. Aber ich darf nie happy sein. Seid mal ruhig happy. Wie hab ich das denn geschafft? Babacasa! Be happy. Ah, okay. Niegel! Ah, das wird witzig. Ja, wird es. Aber gut. Das wird mich sowieso nicht mehr. Egal, ob ich da jetzt irgendwo reinflumpe oder nicht. Das ist eigentlich wurscht. Achso, funktioniert. Ich werde dritter. Ich erste, glaub ich. Ja. Babi! Aber na gut, ich hab noch, ich kann's noch vermasseln, sagen wir's so. Alter, Maseltoff, ich bin Zweiter, ey. Nee, kannst du nicht mehr. Ah. Okay, jetzt hab ich's geschafft. Wann bin ich denn Zweiter geworden? Mit diesem noch? Ey, ich bin dritter. Ich bin nicht letzter. So, noch ne Runde. Ja. Sehr nice. Wir machen alles 19.30 Uhr. Oder du, in den Dreh rum. Ja. Äh, das da ist dran. Was? Cool. Ja, ich rede grad mit mir selber. So. Was ist denn die Wiener Cloud City? Was? Naja, ne Wiener, ne Wiener Wolkenstadt. Nein, das Wiener Würstchen ist da gemeint. Wett? Ja, meinst du die eine Map? Ja. Achso, so heißt der Typ, glaub ich. Achso. Der Steller. Der. Glaub ich. Ich hab da jetzt grad nicht drauf geachtet. Er hat wahrscheinlich eine richtig geile kleine Wiener Wurst. Oh mein Gott. Ich steh ja auf so Fleischwürste. Ja. He 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 he